Moin moin Freunde von Castlevania Vampire Soulsborne hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV ich befinde mich im Sakrificium das ist eine Stadt das neue Gebiet wo noch einige Bossen sind ich versuche mal einen kleinen Boss Rush fangen gleich mit der schwersten an wir heilen könnt ihr fast vergessen wenn ihr euch selber heilen wollt die Heilfenster sind ganz selten gegeben es dauert viel zu lange dafür ist sie viel zu schnell ich verlasse mich dann auf meinen Partner bevor ich mich jetzt versucht zur Heide das geht sowieso nach hinten los dann haust du wie vorher weg okay es ist mir vielleicht ein kleines Fenster ja jetzt noch eins komm schon wir wollen mal anfangen Baby so was für Boss Nummer eins die ist richtig heftig was könnt ihr mir glauben hat eine gute RNG gefahren ab zum nächsten der ist hier Luis Luis nicht abnibbeln ich brauch dich bleibst du okay nebel abnibbeln immer was alleine keine Ahnung wie man dem ausweichen kann das geht gar nicht glaube ich Luis kommst du da mal rein oder was okay Luis das nett ich werde mich nochmal kurz heilen ich werde mich nochmal kurz heilen geht das jetzt okay aber gerade zum Schwung ansetzen hat noch gerade eben gereicht Ab zum nächsten Boss Ja, ist ein bisschen dumm gelaufen, dass Louis nicht gleich da war Dann laufen wir mal hier rein Hier bin ich glaube ich noch richtig Oha Mal sagen, hier lang Oh ja Oh, Schweinebeine Okay Auseinander Komm, Louis Hallo Meine Güte, Louis Wann, ich habe die Akku von beiden Das ist eine ganz schlechte Idee Oh, ich habe gar keine Heilung mehr Doch Mal am falschen Menü gewesen Mist Okay, dann kämpfen wir so weiter Okay Auch gerade noch hingereicht Ich glaube, das waren noch nicht alle War das noch gleich hier lang Oder da lang Ich glaube, hier musste ich rein Das ist ein bisschen durch Und Okay, auf geht's Was? Was? Okay Das war der Rush? Das waren sie Und da ist die Ziellinie Ja, das war mal eine witzige Idee Ja, das war mal eine witzige Idee Keine Ahnung, wie lange es jetzt gedauert hat Das wäre ja mal witzig So ein Boss Run zu machen Ja, mein Ziel ist noch Ähm, diese Darauf aus, das ist eine witzige Idee Das ist eine witzige Idee Das ist eine witzige Idee Das ist ein interessanter Ansatz Und das wird auch schwer Alleine Denke ich mal nachher Doch zu Speedrun sein Weil ihr da Erstmal die Heilungsfenster finden müsst Es gibt ein paar Es gibt ein paar Also bei ihr gibt es Ein, zwei Die sind ganz sicher Wo ihr euch heilen könnt Und in anderen Situationen Gibt es Möglichkeiten Aber die nicht gewiss sind Also ihr könnt davon ausgehen Dass ihr euch nicht sicher sein könnt Wenn sie bestimmte andere Moves macht Und dass jetzt eine Heilung Wirklich effektiv Erfolgen sollte Und erfolgreich angewendet werden kann Das ist krass Das ist wirklich krass Bye, bye Und auf Wiedersehen